Ist ja nicht so schlimm, dass wir da eine Sackgasse haben. Die nehme ich mal schön fleißig mit. Genauso wie die Kohle. So, Kohle her, Kohle her. Oh, wir haben keinen Platz für Kohle mehr, oder was? Lass mal die Dörte mal, der... ...kommt den alten Bogen hier, schmeißen wir mal weg. Ja, der hat ja ein Schwert in der Hand. Seit wann haben die Schwerter in der Hand? Damit ich immer weiß, dass das der Aufstieg ist. Ja, ich verschwende gerade extra ein paar Fackeln. Aber ich würde gerne erst nochmal nach oben gehen und ein paar Sachen ablegen. Bevor ich die Selbstmordaktion starte. Hä? 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 Wo ist denn man jetzt gelandet? Och, Menno. Was ist denn der? Ach, da unten. Ich suche gerade den Weg zurück. Hä? Hä? Ah, ich bin doch auch so schlau. Ich sollte mir die Wege vielleicht besser markieren. So, die Aufnahme wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Weil ich wieder mal vergessen habe, die Zeit anzumachen. Aber mal kurz zurück. So, jetzt müsste es eigentlich wieder stimmen. Wo bist du? Hallo? Hallo? Das dauert mir zu lang. So, ich hole dir zurück ins Eigenheim. Und da ein paar Kistchen anbringen. Jetzt tue ich erstmal hier die Kohle rein und das Eisen. So, erstmal zwei Kisten, in die wir ein bisschen was reintun können. Wie zum Beispiel den Schleim, die Schienen, die Schienen, die Schienen, die Leitern können wir mal mitnehmen, das Glas, das Holz, davon kriege ich mir noch genug, die sind immer mit. Hier ist es auch schon. Jetzt die Kohle, die das, das geschaufelt, das tun wir mal mit, den Kompass, das tun wir mal da her, die Knochen, die Wolle, die Seite, die Schaufel, die Schaufel. Die Fackeln haben wir hier drauf Das tun wir daher, das daher So, müsste eigentlich jetzt passen Fünf haben wir schon Na, Mist Zack, zack, zack Machen wir uns erst einmal So ein Schwert Eins, das auch was aushält Ähm Was haben wir noch? Drei, ne? Eine Spitzhacke Ähm Eine Axt Und eine Schaufel Ja, müsste eigentlich so passen Die Spitzhacke müsste eigentlich auch gleich Fertig sein Mit der Welt Ich würde aber mal sagen Wir machen Hier zu Ist einfach sicher, da? Und machen auch noch eine Tür hin Mist Nee, so mach ich das nicht Wenn dann schon schon So Na komm Au Okay Dann gehen wir mal ab in die Mine Würde ich sagen In die Mine 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 So, die ist schon mal drauf gegangen Ich könnte sie mal ein bisschen geräumiger machen Ganz schnell Ähm Ähm So Das kann weg Das kann weg Hier ne Hier ne Ja genau Nein Verdammt Ging es hier nicht in die Höhle Ja Ja, ich glaube Hier ging es lang Ja, genau Spast Oh mein Gott Hau ab Hau ab Und dann brennt das Ganz schnell Ganz schnell Oh mein Gott Komm her Zum Glück hat ihr uns noch nicht vergiftet Weil ich glaube so eine war das Aua Was spielt das so einer Aua Nein So Nimm das Geld Mal schön mit Aua 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 Ist irgendwas Skeletze Vorne Oder was Wartet mal ganz kurz Ich gehe mal kurz in Sicherheit 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 ist relativ Eigene Musik Ähm Jetzt wird es vielleicht ein bisschen lauter machen So Verdammt Jetzt habe ich mich mitreißen lassen Und wir gehen jetzt wieder zurück Ach da ist Lava Hoffentlich finde ich wieder den Weg nach oben Aber erst mal hier mal das Eisen Ne Ich glaube hier war das Ne Da ist Gold Brauchen wir nicht unbedingt Aber ich nehme es halt mal mit Ganz einfach Dass niemand meckern kann Dass wir das Gold nicht mitgenommen haben Nein Aber ich will das Und Ja